Wir lieben Essen. Wir sind digital. Zwei Megatrends prallen auf Erhand. Und diese verändern nicht nur unser Essverhalten, sondern die gesamte Food-Branche. Willkommen in der Welt von Digital Food. Wir besuchen Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittelbranche. Sie haben alle etwas gemeinsam. Digitalisierung verändert die Art, wie sie leben und arbeiten. Wir schauen hin, wir hinterfragen. Zwei Megatrends